Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von diesem Wunder von Medieval Dynasty im Oxbow bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Ja, wir haben das Ende des Sommers. Das heißt, wir werden jetzt uns mal kurz waschen. Müssen wir zwar nicht, aber man geht nicht ungewaschen ins Bett. Ist einfach so. Sehr schön. So, dann wechseln wir mal die Jahreszeit. Ein wunderschöner Herbsttag. Hallo, Adalbert. Was beschäftigt dich? Wir können sagen, wir können andere sagen, dass sie einsam sind. Haben die ihre Stimmen im Kopf vergessen? Oder vielleicht sind sie einfach nicht gut darin, sich mit ihr zu unterhalten. So, kriegst mal noch einen Holzvogel. So, mach's gut. Bye. Wir haben Herbst. Jetzt ziehen wir mal die Schuhe aus. Den Strohhut weg. Die Gugel nehme ich mal mit. Und wir ziehen jetzt Stiefel an. So, müssen wir natürlich auch anziehen. Stiefel. So. Mal gucken, ob das reicht. Hi, Schatzi. Ahoi. Was beschäftigt dich? Ja, du willst rückwärts sprechen. Wie steht es in unser Königreich? Es gibt keine Probleme. So long. Zuneigung ist immer noch 100%, oder? Ne, 99. Okay. Wir müssen mal wieder ein Geschenk kaufen. Wir brauchen wieder mal ein Geschenk. Hi, Nigrod. Und ich muss gerade mal gucken. Was haben wir hier für Quests? Da ist eine. Du bist das. Hi, Emmerich. Ja, was kann ich für dich tun? Meine Königin. Du kommst genau zur rechten Zeit. Was? Zur rechten Zeit wofür? Du kommst genau zur rechten Zeit für ein Bier. Bietest du mir welches an, oder soll ich... Natürlich soll ich dir welches besorgen. Nun, da hast du nicht Unrecht. Also, wie wär's? Schon gut, schon gut. Ich mach das. Nur für die Reputationspunkte. Was? Äh. Schau, ein Vogel. Ich muss los. Goodbye. Goodbye. Okay, wir brauchen ein Bier. Haben wir noch eine zweite Quest? Nee, diesmal nur eine. Klonitza hat auch keine. Skauki hat keine. Astoria hat keine. Piestovia halt, ne? Muss ich gerade mal gucken. Hab ich Bier? Und was für eins brauchen wir überhaupt? Zweimal Roggenbier. Zweimal Roggenbier. Ich könnte noch was zu essen mitnehmen, ne? Nehmen wir mal Roggenbrei mit. Oh ja, Roggenbrei haben wir einigen. Äh. Aber Roggenbier haben wir keines. Rührein mit Pilzen haben wir auch eine Menge. Oh, und wir haben verdorben. Das ist sehr gut. Da können wir noch Dünger draus machen. Das machen wir aber später. Oh, und ich... Hahaha, ich muss hier ja umstellen. So, Gewinnung. Kräuterhütte. Die muss natürlich jetzt ganz andere Dinge tun. Ganz, ganz andere Dinge. Ich muss gleich mal gucken, wie weit es noch bis zur Schenke und so ist. Johanniskraut können wir mal wieder sammeln. Breitwegerich. Den brauchen wir immer. Wegwarte können wir auch noch sammeln. So, und dann machen wir mal Pilze. Könnt natürlich gucken, welche wir genau brauchen, aber... Ich glaube, Riesenschirm legen wir am ehesten aus. So, den haben wir. Tierhaltung. Eselstall. Fehlt jemand? Wir haben zwei Schwangere. Bernadetta ist jetzt neuerdings auch schwanger. Okay. Griselda ist ohne Job. Das heißt, die ist zurückgekehrt. Die war Landwirtin. Griselda wohnt entsprechend dann auch hier oben, ne? Ich gucke gerade mal. Griselda. Hä, wo wohnt sie denn? Wo wohnt sie denn? Da. Ja, und die wohnen hier oben. Oberhalb der... Also da hinten müsste das irgendwo sein. Dann kann sie wieder als Landwirtin arbeiten. Hier müsste das, glaube ich, sein. Eins von denen... Ja, hier war sie, glaube ich, immer, ne? Griselda? Jawohl. Sehr gut. Ja, die kann als Landwirtin arbeiten. Dann hat sie ihren Job wieder. Äh... Feldschuppen. Ja, oder auch nicht. Aber Scheune müsste noch ein Platz drin sein, ne? Genau. Dann kann sie da arbeiten. So. Heißt das Lava. Hello. Äh... Mach's gut. Entschuldigung. So, und ich muss natürlich gucken, dass sie die Felder bewirtschaften. Das dürfen wir nicht vergessen. Hier ist Hafer. Da machen wir jetzt natürlich Roggen drauf. Da ist Mohn. Da ist Weizen. Der bleibt auch. Da können wir auch Roggen drauf machen. Und... Das ist okay, so. Da ist das Große. Da würde ich jetzt auch noch Roggen drauf machen. So. Sehr gut. Der Rest bleibt. Und ich muss gerade mal gucken, ob wir neue Tiere haben. Jawohl. Wir haben weibliches Küken. Äh... E... Wir haben noch ein Ferkel. Auch gut. Ähm... Ähm... Du heißt Konrad. Kein Schaf. Keine Ziege. Kein weiteres Rind. Ihr habt da auch nicht. Und da logischerweise auch nicht. Okay. In Mutterschaft ist keiner gegangen, ne? Ne. Und außer die eine ist auch keiner zurückgekehrt. Okay. Passt. Zwei Schwangere. Das ist überschaubar. Das ist absolut überschaubar. Dann würde ich sagen, reiten wir mal nach Piastovia. Und gucken mal, was uns da an Quests erwartet. Willst du mit, Carl? Stehst du schon so bereit? Würde ich sagen, ziehen wir mal los. Gucken mal, was wir für Aufgaben haben. Ich glaube, wir brauchen auch wieder Geld. Jetzt hätte ich natürlich was mitnehmen können, ne? Äh... Ja. Wir brauchen natürlich auch wieder Geld. Move on. Und ich würde mal gucken, was für Leute in Piastovia sitzen. Ob da Gute dabei sind. Weil wenn da wirklich Gute dabei sind, dann müsste ich natürlich gucken, ob ich mir die vielleicht hole. Also welche mit mehreren Dreiern oder so. Da müsste ich dann mal schauen. Ich könnte noch die eine Küche ausbauen. Da hätten wir auf jeden Fall auch noch einen Arbeitsplatz. Und Jäger können wir natürlich jederzeit noch einstellen. Das ist unsere nimmersatte Näherei. Die können wir aber sogar ja auch aufwerten, glaube ich. Muss ich nochmal gucken, ob ich das will. Oh, hier liegt Kohl. Ich habe mich schon gewundert, warum scheint das so grün? Was ist das für ein Erz, das so grün scheint? Aber... Es ist einfach Kohl. Gut. Nicht, dass wir genug Kohl hätten. Der ist, glaube ich, leer. Den haben wir, glaube ich, schon geplündert. Ja. Der ist leer. Leer, leer, leer. So, wir müssen mal gucken, wer hier ist. Wie gesagt, wenn richtig Gute dabei sind, dann müsste ich mir das überlegen, ob ich mir die hole. So, wen haben wir denn? Luthomir. Der hat alles Zweier. Das ist überschaubar. Zweier und Einser. Er ist Landwirt. Er kann überleben und Markit, also Diplomatie. Du bist gut. Überleben, Gewinnung und... Huberta sollte ich zu mir holen. Ich habe aber, glaube ich, kein Haus frei, ne? Nee. Kein Haus frei. Das heißt, ich müsste definitiv eines bauen. Und sie könnte dann Gewinnung, sie könnte... Crafting... Hm. Das ist natürlich eine Überlegung, ne? Weil die ist echt gut. Nur, also Dreier und Zweier. Das ist schon... Kann sich sehen lassen. Der Quatermonster ist ein guter Mann. So. Was haben wir denn? Suche Sense. Okay. Nehmen wir. Grabräuber. Bronze Schaufel. Und die Säckchen machen wir auch. Jage Füchse. Okay. Und den Bronze haben wir ja. Warum brauchen sie eine Frage? Das kriegen wir hin. So. Fuchsjagd können wir eigentlich gleich hier vorne starten. Weil hier... Ach so. Roggenbier brauchen wir ja noch. Ich habe aber, glaube ich, gar nicht genug Geld, oder? 377. Ja, holen wir das später. Hier sind doch irgendwo schon Füchse, ne? Als... Ja, da sind Füchse. Dort. Und dort. Ja, sehr gut. Dann gucken wir mal. Wo haben wir hier denn Füchse? Da habe ich einen gehört. Oh, hier ist ein Holzfelder Lager. Das ging natürlich mal wieder voll daneben. Das auch. Einfach, weil ich es kann. Nicht. So, wo sind es? Da hinten läuft er. Ja. Wow, dreht im letzten Moment ab. Der schlaue Fuchs, der... Wow. Den haben wir. Oh, der ist kaputt. So. Zwei haben wir. Oder auch nicht. Na. Ist der eine noch abgehauen? Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Ja. Das muss ich jetzt gerade mal gucken. Hä? Habe ich zwei Füchse oder einen? Einen? Ich dachte, den einen hätte ich noch erwischt. Das hat der ganz offensichtlich anders gesehen. Jetzt haben wir zwei. Okay. Sehr gut. Sechs brauchen wir. Hier war noch ein dritter unterwegs. Gucke ich mal, ob ich den auch noch finde. Da ist er. Eiskalt daneben geschossen. Getroffen, aber nicht gut. Und wieder daneben. Läuft ja. So, sehr gut. Nicht sehr weitmännisch wurde mir auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber. Auch Hasen logischerweise. Nicht sehr weitmännisch. Die erschlage ich einfach. Aber. Funktioniert tatsächlich bei Hasen am besten. So, hier oben war doch irgendwo noch was, was wir looten konnten. Wo war denn das? Da. Steinaxt. Holzstamm. Ja, oh. Da ist noch ein. Versteckter Münzbeutel. Und es fehlt wieder Material irgendwo. Wem fehlt denn was? Gewinnung, Grabungsschuppen. Keine Schaufel, ne? Ähm. Schmiede. Mach du mal weniger Kupfer hacken. Da haben wir eigentlich im Moment genug. Ähm. Mach mal eine Schaufel. Kupferschaufel. Oder Bronzeschaufel. Da können wir auch mal gerade weniger von machen. So. Dann haben wir das Problem bald gelöst. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Da drüben sind noch mal Füchse. Dann können wir die auch noch gerade mal mitnehmen. Können es zumindest versuchen. Wo sind die Schlawiner denn? Da hinten läuft einer. Da läuft auch noch mal einer. Hm. Wow. Ich habe was richtig erfolgreich daneben schieße. Nicht abhauen. Ich hatte noch gar nicht gespannt. Mist. Ich dachte ich hätte schon. So Halleluja. Vier von sechs. Mindestens einer ist hier noch unterwegs. Machen wir dann die Bolzen die vorbeigegangen sind. Sind anscheinend kaputt gegangen. Ja die sind kaputt gegangen so wie es aussieht. War hier gerade noch einer. Ja einer ist hier sehr schön. Hatte ich das richtig gesehen. So wo ist Fuchs Nr. 2. Fuchs Nr. 2. Ich weiß dass er da ist. Fuchs Nr. 2. Ich habe ihn gesehen. Fuchs Nr. 3. Fuchs Nr. 3. Frage nur ist wo ist er hingerannt. Das sind Hasis. Fuchs Nr. 3. Fuchs Nr. 3. Fuchs Nr. 3. Fuchs Nr. 3. Die sind erstmal an sich uninteressant. Hmm. Zunut müssen wir oben bei uns suchen. Da weiß ich da sind ja auch welche. Bin ich überhaupt noch im Fuchs Gebiet unterwegs. Ja. Jetzt dann wieder. Jetzt dann wieder. Da ist er. Ja. Sehr gut. Der hat gesessen. So, das war glaube ich der letzte Fuchs hier, ne? Da müsste aber noch einer sein. Dann gehen wir gerade noch mal gucken. Da müsste noch einer sein. Dann hätten wir nämlich alle sechs Füchse erledigt. Das wäre ja auch schon mal cool. Da ist er. So. Sehr unweitmännisch jetzt. Unweitmännisch, aber wirkungsvoll. Muss manchmal leider sein. So, haben wir hier noch einen Kupferbolzen, ja. Wo ist er? Da. Sehr gut, dann haben wir die Fuchsaufgabe erledigt. Sehr schön. So, dann können wir heimgehen. Move on. Dann können wir uns auf den Heimweg machen. Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch die Bronze-Werkzeuge und die Säckchen. Und dann sind wir eigentlich durch, ne? Das Bier brauchen wir noch. Und ich muss mal gucken, ob wir nicht noch ein Haus bauen für die Dame. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Aber das kriegen wir alles raus, ne? Weil die könnte ich dann ziemlich universell einsetzen. Die könnte ich sowohl bei Gewinnung, die könnte ich beim Crafting gut einsetzen. Die könnte ich in der Landwirtschaft zur Not einsetzen. Da hat es immerhin Zweier. Also die hat keinen einzigen Einser. Alles nur Zweier und Dreier. Das ist schon schon nicht verkehrt. Und wenn wir die dann noch ein bisschen gleichmäßig einsetzen, dann levelt die überall auch noch ganz gut. Hm. Muss halt nur mal gucken, wo ich die hinpacke. Wo wir der das Haus bauen. Das ist dann noch so die große Frage. Ja, ja. Alles gut. Ich bin nur auf der Durchreise. Bin nur auf der Durchreise. So, dann können wir Carl erstmal wieder parken. Und dann gucken wir mal. Bronze haben wir ja. So. Den machen wir da rein. Dass ich den nicht mitschleppen muss. Dann packen wir gerade mal das Fleisch noch hier rein. Dass ich das nicht die ganze Zeit mitschleppe. Die Pilze können wir auch mal hier parken. Kohl haben wir ja auch noch. Stimmt. Kirschwein kann auch rein. Wobei den könnte ich auch verkaufen. Hm. Gucken wir mal. Ähm. Pelz können wir gerade noch hier rein tun. Holzstämme und Pelz. Ich nehme mal zehn, acht Steine mit. Ja, wir kriegen Leingarn. Sehr gut. Gut. Dann könnte ich nämlich zumindest noch das Fundament gerade mal bauen. Für das Haus von der Dame. Ich überlege gerade, das machen wir vielleicht tatsächlich hier hin, ne? Oder auch Tendenz hier hoch. Ne, ich glaube, das mache ich hier ziemlich zentral. Machen wir das mal hier hin. Machen wir das mal hier hin. Äh, Haus. Ah, da baut er so eins. Ne, das will ich aber nicht. So ist besser. Geht das auf der Seite hier besser? Hier gibt es Hindernisse. Äh. Ja, ist zwar ein bisschen schräg, aber das macht nichts. Muss ja nicht alles so absolut gerade sein, ne? Brauche noch mal zwei Steine. Ich dachte immer, acht reichen. Zum Beispiel dann, wenn ich denke, ich brauche zehn, habe ich meistens acht. Äh, wenn ich denke, ich brauche zehn, dann sind es meistens nur acht. Und wenn ich dann mal denke, es braucht nur acht, dann sind es plötzlich zehn. Das machen wir gerade auch noch. Das Minütchen haben wir noch, dass wir das Grundgerüst noch hinstellen. Äh. Zehn. Zwölf Holzstämme. So. Da braucht man jetzt zehn. Okay, acht dafür und zwei für den Boden. So. Ah doch, das ist ganz okay dort. Da kann ich mit leben. Das sieht ganz gut aus, finde ich. Ja, damit beenden wir auch mal die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Like, einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das ist ein...